Hi, in dieser Session schauen wir uns den Mixer von Logic an. Öffnen wir einmal den Mixer. Wählt man hier einzeln, so sieht man nur jene Kanäle, die in irgendeiner Form mit der aktuell ausgewählten Spur in Verbindung stehen. In diesem Fall ist das der eigentliche Kanal, der ausgewählt ist, der Output, auf dem der Kanal geroutet ist, und der Master Fader. Der Master Fader ist in Logic ein Fader, mit dem alle Output-Kanäle gemeinsam geregelt werden können. Wählt man Spuren, so sieht man alle Kanalzüge, für die es eine Spur gibt. Bei Track Stacks sieht man die Kanäle nur, wenn der Track Stack ausgeklappt ist. Wählt man alle, so sieht man alle vorhandenen Kanäle. Auch die Kanäle, für die es keine Spuren gibt, und Kanäle von nicht ausgeklappten Track Stacks. Außerdem sieht man den Pre-Listen-Kanal und den Click-Kanal. Über den Pre-Listen-Kanal wird Audio wiedergegeben, wenn man etwas vorhört. Zum Beispiel im Loop-Browser. Über den Click-Kanal wird der Klick von Logic wiedergegeben. Ich wähle die Einstellung Spuren. Über diese Schaltflächen kann man bestimmte Spurtypen ein- und ausblenden. Klickt man eine Schaltfläche mit gehaltener Alt-Taste an, so wird nur der angeklickte Typ angezeigt. Die wichtigsten Kanal-Typen sind die Audio-Kanäle, Instrument-Kanäle und MIDI-Kanäle. Die entsprechenden Spurtypen haben wir bereits kennengelernt. Weitere Kanal-Typen sind die Output-Kanäle und der Master-Kanal. Es gibt für jeden Ausgang am Audio-Interface, der verwendet wird, einen Output-Kanal. Der Master-Kanal ist in Logic ein einziger Kanal, über den der Pegel aller Ausgänge gemeinsam gesteuert wird. Im Master-Kanal kann man keine Plug-Ins einschleifen. Plug-Ins für die Summenbearbeitung steckt man immer in den Output-Kanal. AUX-Kanäle haben wir auch bereits kennengelernt. Man verwendet sie zum Beispiel als Effect-Returns oder als Subgruppen-Kanäle. In unserem Fall erscheint ein AUX-Kanal für unseren Summenstapel, den wir vorhin ein- und ausgeklappt haben. Die Kanal-Typen Bus und Input werden heute im Normalfall nicht mehr gebraucht. Sie sind in erster Linie vorhanden, um die Kompatibilität zu älteren Logic-Projekten zu gewährleisten. Wir werden aber später im Zusammenhang mit der MIDI-Umgebung noch einmal auf diese beiden Kanal-Typen zu sprechen kommen. Über diese beiden Schaltflächen kann man die Breite der einzelnen Kanäle im Mixer einstellen. Okay, sehen wir uns nun die einzelnen Kanal-Typen im Detail an. Audio-Kanäle Schauen wir uns einen Audio-Kanal an. Ganz oben über die Fläche Setting kann man ein Channel-Strip-Setting speichern, kopieren oder einsetzen. Ein Channel-Strip-Setting speichert die Einstellungen für den kompletten Kanalzug inklusive aller Plug-In-Einstellungen, jedoch ohne Sense- und ohne Effect-Return-Kanäle. Channel-Strip-Settings sind ein Auslaufmodell und in erster Linie aus Kompatibilitätsgründen vorhanden. Heute verwendet man Patches. Und Patches können, wie wir bereits gesehen haben, über die Bibliothek geladen und gespeichert werden. Als nächstes haben wir eine Anzeige für die Pegelreduktion. Diese Anzeige kann die Gain-Reduction von einigen Logic-internen Plug-Ins anzeigen. Hier sieht man das besser, denn in diesem Kanal ist ein Kompressor eingeschliffen. Konkret zeigt die Anzeige die Gain-Reduction des ersten eingesetzten Plug-Ins Kompressor. Wird der Kompressor nicht verwendet, so wird die Gain-Reduction des ersten Limiters oder Adaptive-Limiters angezeigt. Mit einem Doppelklick auf diese EQ-Fläche wird automatisch in den nächsten freien Insert-Slot der Channel-EQ eingefügt. Man sieht dann in diesem Feld auch die Entzerrungskurve des EQs. Über diese Schaltfläche kann man den Kanal zwischen Mono und Stereo umschalten. Und hier kann man einen Eingang für den Kanal wählen. Hier kann man Insert-Effekte einschleifen. Einfach in das Feld klicken und ein Plug-In auswählen. Viele Effekte, die es in Logic gibt, haben wir uns ja bereits angesehen. Unter Audio-Units findet man Plug-Ins von Drittherstellern. Die meisten Plug-Ins gibt es in den Varianten Mono, Stereo oder Mono-to-Stereo. Da es sich in unserem Fall um einen Mono-Kanal handelt, steht beispielsweise vom Hall-Effekt Space Designer die Variante Mono und Mono-to-Stereo zur Verfügung. Dies ist ein Stereo-Kanal. In einem Stereo-Kanal gibt es nur die Stereo-Variante vom Space Designer. Es gibt aber teilweise Plug-Ins, die nur als Mono-Plug-In oder nur als Stereo-Plug-In verfügbar sind. Solche Plug-Ins scheinen dann auch nur in den Menüs der entsprechenden Kanäle auf. Wenn man beim Auswählen eines Plug-Ins einfach nur auf den Namen des Plug-Ins klickt, verwendet Logic in Mono-Kanälen immer Mono-Plug-Ins und in Stereo-Kanälen Stereo-Plug-Ins. Okay, hat man einmal ein Plug-In eingeschliffen, so kann man es über einen Klick hierhin öffnen und schließen. Über einen Klick hierhin kann man es bypassen. Und über einen Klick hierhin kann man erneut das Menü öffnen, um ein anderes Plug-In auszuwählen. Will man ein weiteres Plug-In hinzufügen, so klickt man einfach hierhin. Mit jedem Plug-In, das man hinzufügt, entsteht ein neuer Insert-Slot. Das Audiosignal durchläuft die Plug-Ins in der Reihe nach von oben nach unten. Wie man am besten externe Effekte als Insert-Effekte einschleift, hören wir in einer späteren Session. Okay, weiter im Kanalzug. Hier haben wir die Cents, diese werden wir uns gleich im Anschluss noch ansehen. Darunter kann man für jeden Kanalzug einen Ausgang wählen. Es gibt hier immer einen Stereo-Out und einen Surround-Ausgang zur Auswahl. Welche Ausgänge am Audio-Interface der Stereo-Summen-Ausgang bzw. der Surround-Ausgang sein soll, legt man in den Programmeinstellungen fest. Und zwar unter Audio, I-O-Zuweisung. Was man hier auswählt, ist der Stereo-Out. Und hier kann man Einstellungen zum Surround-Ausgang machen. Das sehen wir uns aber in einem anderen Themenblock an. Das einzige, was wir vielleicht vorab schon erwähnen sollten, wählt man als Ausgang Surround, so bekommt man anstatt eines Stereo-Panoramas ein Surround-Panorama. Wählt man einen Mono-Ausgang, so gibt es gar kein Panorama. Und wählt man einen Stereo-Ausgang, so hat man ein normales Stereo-Panorama. Bei einem Stereo-Ausgang kann man zusätzlich die Option Binaural anwählen. Dann bekommt man ebenfalls einen besonderen Panorama-Regler. Bei diesem binauralen Panorama werden Head-Related Transfer Functions genutzt, um eine dreidimensionale Richtungsinformation zu erzeugen. Mit anderen Worten kann man damit synthetische Kunstkopf-Signale erzeugen. Was die einzelnen Parameter bewirken, findet man schnell heraus. Das werden wir jetzt nicht im Detail besprechen. Die so erzeugten Signale sind logischerweise für die Kopfhörer-Wiedergabe gedacht. Es gibt aber ein Plugin, das sich Binaural Post-Processing nennt. Dieses Plugin soll die Signale für Lautsprecher optimieren. Man kann dieses allerdings nur in AUX-Kanäle oder Output-Kanäle stecken. Will man es verwenden, so schickt man am besten alle Kanäle, die das binaurale Panorama nutzen, auf eine Subgruppe und fügt dort das Plugin Binaural Post-Processing ein. Für mehr Informationen über das binaurale Panorama schlage bitte im Manual nach. Ich wähle Binaural nun wieder ab. Okay, schauen wir weiter im Kanalzug. Hier kann man den Kanal, wie bereits erwähnt, einer Gruppe zuweisen. Welche Parameter über die Gruppe gekoppelt werden, bestimmt man hier. Hier kann man verschiedene Automationsmodi einstellen. Mit Automation werden wir uns später noch beschäftigen. Panorama und Lautstärke dürften klar sein. Dieses I steht für Input. Damit wird einfach das Eingangssignal auf den Ausgang durchgeschliffen. Mit R schaltet man die Spur scharf. Hier haben wir noch Mute und Solo. Bei Solo handelt es sich um ein Solo in Place. Klickt man Solo mit gehaltener Control-Taste an, so wird diese Spur Solo safe geschaltet. Hier unten kann man den Kanalzug auch beschriften. Der Name scheint dann auch in der Spur auf. Mit der rechten Maustaste kann man bestimmen, was alles im Kanal angezeigt wird. In unserem Fall können wir noch die Spurnummern und die Notizen einblenden. Die Notizen, die hier eingeblendet werden, sind dieselben wie in der Liste Notizen. Sends und Aux-Kanäle Gehen wir noch einmal zu den Sends zurück. Einen Send macht man in Logic immer auf einen Bus. Man kann hier nicht direkt einen Ausgang am Audiointerface auswählen. Machen wir einmal einen Send auf Bus 1. Hier kann man den Send aufdrehen. Und hier kann man ihn stumm schalten. Man kann im Menü unterschiedliche Abgriffe für den Send wählen. Pre-Fader, Post-Fader und Post-Fader-Post-Pan. Als wir eben das Send-Routing auf Bus 1 gemacht haben, ist automatisch dieser Aux-Kanal entstanden. Als Eingang wurde automatisch Bus 1 gewählt und als Ausgang die Stereosumme. Dieser automatisch erstellte Aux-Kanal kann als Effekt Return dienen. Wir können hier nun zum Beispiel ein High-Plugin einschleifen. Bevor ich den Send nun aufdrehe, schalte ich den Kanal, von dem aus wir den High beschicken, solo. Dann hören wir besser, was passiert. Der Return ist automatisch solo safe geschaltet. Okay, wie man am besten externe Effekte als Sendeffekte einschleift, hören wir in einer späteren Session. Man kann über Aux-Sends nicht nur Effekte beschicken, sondern auch einen Kopfhörermix machen. Man verwendet in diesem Fall einen Pre-Fader-Aux-Send. Und man braucht kein Plug-in im Aux-Kanal. Stattdessen wählt man für den Aux-Kanal den Ausgang, an dem der Kopfhörermix ausgegeben werden soll. Will man einen Mono-Ausgang verwenden, so muss man den Aux-Kanal nur Mono schalten. Man kann Aux-Inputs auch als Live-Eingänge verwenden. So kann man zum Beispiel mit einer E-Gitarre live zu einem Playback spielen und dabei ein Amp-Simulations-Plugin verwenden. Man erzeugt einfach manuell einen Aux-Input über Optionen, neuen Aux-Channel-Strip erzeugen. Dann wählt man den Eingang und den Ausgang. Der Aux-Kanal schleift einfach den Eingang auf den Ausgang durch. Und wenn man möchte, kann man das Signal mit verschiedenen Plug-ins bearbeiten. Eine weitere Einsatzmöglichkeit für Aux-Kanäle sind Audio-Subgruppen. Man wählt einfach bei mehreren Kanälen einen Bus als Ausgang. Ich schicke einmal diese zwei Gitarrenspuren auf Bus 3. Es wird automatisch ein Aux-Kanal erstellt. Dieser hat Bus 3 als Eingang und die Stereosumme als Ausgang. Es laufen nun also alle Gitarren über diesen Aux-Kanal. Man kann übrigens auch Aux-Kanal-Spuren erstellen. Dazu klickt man einfach den Aux-Kanal im Mixer mit der rechten Maustaste an und wählt Spur erzeugen. Nun hat man eine eigene Spur für den Aux-Kanal und kann so zum Beispiel den Fader oder Plug-in-Einstellungen automatisieren. Instrumentkanäle Die Instrumentkanäle sehen fast genauso aus wie die Audiokanäle. Es gibt eigentlich nur zwei Unterschiede. Statt dem Audio-Eingang wählt man ein Software-Instrument aus. Und hier kann man einen MIDI-Effekt einschleifen. MIDI-Effekte verändern den MIDI-Datenstrom auf eine bestimmte Art und Weise. Zum Beispiel kann man mit dem Plug-in Note Repeater die Wiederholung von Noten bewirken. Ähnlich wie mit einem Delay-Plug-In, nur eben nicht auf Audio-Ebene, sondern auf MIDI-Ebene. Es werden einfach die Note-On- und Note-Off-Befehle mehrfach ausgegeben. Es gibt auch einen Arpeggiator als MIDI-Plug-In. Wir werden uns die einzelnen MIDI-Plug-Ins nicht im Detail ansehen. Das kannst du später bei Gelegenheit einmal selbst tun. MIDI-Kanäle MIDI-Kanäle scheinen ebenfalls im Mischpult auf. Hier hat man nur Panorama, Lautstärke und Mute. Außerdem gibt es einen Regler für Reverb und Chorus. Betätigt man einen der Regler oder Schalter, so werden die entsprechenden Befehle am MIDI-Ausgang ausgegeben. Zum Beispiel der General MIDI-Controller für Reverb, Controller 91. Oder Controller 7 für die Lautstärke. Ob das angeschlossene Gerät richtig darauf reagiert, hängt alleine vom Gerät ab. Im Informationsbereich haben wir wie gesagt immer zwei Kanäle. Den von der Spur, die gerade ausgewählt ist, und einen weiteren Kanalzug. Was der zweite Kanalzug anzeigt, variiert. Klickt man hier hin, so wird der Ausgangskanal angezeigt. Dies kann ein Output-Kanal sein oder ein AUX-Kanal, der als Subgruppe genutzt wird. Wenn man einen der Cents anklickt, so wird der entsprechende AUX-Return angezeigt. Man kann aufgrund dieses Systems sehr gut mit nur diesen beiden Kanalzügen arbeiten. Nehmen wir an, wir haben diese vier Takte nun abgemischt und alles so eingestellt, dass es gut klingt. Dann können wir unseren Mini-Song nun bouncen. Das geht ganz einfach. Man wählt mit dem Cycle den Bereich aus, den man bouncen will. Dann wählt man hier im Hauptmenü Ablage, Bouncen, Projekt oder Abschnitt. Hier kann man ein oder mehrere Formate auswählen, in denen gebounced werden soll. Und hier kann man die Einstellungen für das jeweilige Format treffen. Hier kann man noch einmal den Bereich einstellen, der gebounced werden soll. Mit dieser Option kann man einstellen, ob offline oder in Echtzeit gebounced werden soll. Bei Echtzeit-Bounce wird das Projekt einfach abgespielt und gleichzeitig aufgenommen. Beim Offline-Bounce wird der Ausgang stumm geschaltet und Logic errechnet das fertige Summen-File so schnell wie möglich. Dies ist natürlich nur möglich, wenn kein externes Equipment verwendet wird. Hier kann man auswählen, ob die Datei nach dem Bouncen normalisiert werden soll. Bei Nur Übersteuerungsschutz wird die Datei heruntergepegelt, falls Übersteuerungen auftreten. Wählt man zum Projekt hinzufügen, so wird der Bounce automatisch wieder in das Projekt importiert und scheint in der Übersicht Projekt auf. Wenn man alle Einstellungen gemacht hat, klickt man auf Bounce, wählt einen Ordner aus, in dem die Datei abgelegt werden soll und vergibt einen Namen für sie. Dann bestätigt man noch einmal mit Bounce. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Hier kann man Channel Strip Settings laden und speichern. Hier hat man eine Anzeige für die Gain Reduction von Logic-internen Plugins. Hier kann man einen Channel EQ in den ersten freien Insert-Slot laden. Hier haben wir im Falle von Instrumentkanälen die Möglichkeit, MIDI-Effekte einzuschleifen. Hier wählt man bei Audio-Kanälen den Eingang und bei Instrumentkanälen das Instrument aus. Hier kann man Insert-Effekte einschleifen. Hier haben wir die Sends. Es sind auch Post-Panorama-Sends möglich. Hier wählt man den Ausgang des Kanals. Über dieses Feld kann man dem Kanal eine Gruppe zuordnen. Hier stellt man den Automationsmodus ein. Hier haben wir den Fader und das Panorama. Das Panorama ändert sich, wenn man beim Ausgang Surround oder Binaural wählt. Hier kann man das Input-Monitoring für eine Spur aktivieren. Hier kann man die Spur scharf schalten. Hier haben wir Mute und Solo. Klickt man Solo mit gehaltener Control-Taste an, so wird der Kanal Solo Safe geschaltet. AUX-Kanäle kann man als Effekt-Returns, als Live-Eingänge oder als Subgruppen nutzen. Hier kann man an- und abwählen, welchen Typ von Kanalzug man sehen möchte. Klickt man einen Typ mit gehaltener Alt-Taste an, so wird nur dieser Typ angezeigt. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist Teil der Online-Tontechnik-Ausbildung bei www.sonic-vision.tv Auf unserer Website findest du all unsere Videos, auf dem aktuellsten Stand und ordentlich sortiert.